Habt ihr irgendwelchen Fußboot mit dir mit den? Klassisch Teppich, aber weiß nicht so, ob das dir gefällt. Ich brauche irgendeinen Block, den man auch zu Stairs umbearbeiten kann. Smooth Stone. Hat der auch Stairs? Stairs. Ich weiß, dass es Slaps hat. Das ist ja dieser helle Stein, wenn du Greenstone noch mal brennst. Ja, ich brenne jetzt einfach mal sechs Stück davon. Oh, Steine haben wir ja genug. Also da soll es nicht liegen. Ich frage jetzt dich zur Sicherheit noch mal, weil du es glaube ich besser weißt. Ich dürfte mir noch ein eigener Enchartmaterial bauen, oder? Kannst du dir auch bauen, klar. Okay, mir fällt das Problem ansonsten, dass mein Base-Design nicht ganz aufgeht. Ich glaube sogar so, dass ich mich irgendwo verbaut habe. Du kannst dir sogar eine eigene AFK-Angelfarm reinbauen in deine Base. Ich habe meine Base zu groß gebaut. Das hört mir grad mal auf. Und zwar eine Reihe um vier Reihen. Nein, das Ding ist nur 13x3. Okay. Ja. So, genau. Ja. Nee, von Smoothstone gibt es keine Stairs. Dann kannst du höchstens noch diesen anderen Braunstein. Ich weiß nicht, dass ich das anders ziehe. Nee, die finde ich alle nicht geil. Ansonsten Couples, Stone Bricks oder aber... Hier, was du aus Clay machst da. Den Stein. Oder Holz. Können wir uns erstmal schlafen legen, kriegst? Ich kann nicht. Ich würde es gleich machen. Ich möchte aber kurz was austasten. Aber wir müssen mal was ausprobieren, weil ich brauche mal die Nachtlichtverhältnisse. Okay. Wir haben jetzt einmal das hier. Dann haben wir das hier. Die hier sind auf jeden Fall noch raus. Das ist mir zu einheitlich. Mal bei Park angucken. Toll, jetzt wird es hier 2. Jetzt bin ich da. Ja, einmal ein paar kurz Blöcke platzieren, um zu gucken, wie es im Dunkeln aussieht, ist halt nicht so lange. Oh, ich weiß, wie ich baue. Ich brauche eine Menge Dungle. Ich brauche eine Menge Dungle. Äh, was? Viel Spaß. Wir haben ja nicht nur die Besetzungen davon. Das stimmt, wir haben keine Dungle. Äh, ne, da nehme ich nicht Jarlwood. Ich habe schon wieder vergessen, dass Eike keine Sitzlinge mehr hat. Ne, leider nicht. Ich glaube, da nehme ich es bloß. Äh, Skiletsky, Skiletsky, Skiletsky. So. Okay. Ich weiß nicht, wie es mit Bruce aussieht. Ja, ich nehme Spruce. Äh, wo sind meine ganzen Spruce-Sapplings? Äh, du, 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 du. Mein ganzes Bruce-Sapplings sind weg. Kann aber nicht sein. Candel forms dieser Steck ger 8. Ich nehme. Ich nehme na. Ich nehme. Ich nehme. Das war's. Cheap, 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 Cheap! Hm, vielleicht schon dunkel. Obwohl es erst 17 Uhr ist. Ja gut, wegen der Zeitungsstrahlung so viel ist. Ich feiere das einfach bloß, dass man halt bei dir wirklich die Vögel hört. Schaut mal bei mir morgens. Ich finde das auch teilweise ganz angenehm. Also nicht das überhaupt. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es ziemlich schlimm. Woh, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Tuh, 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 tuh. Oh Oh, so weiter. Ja. Es ist sehr schön. Oh Na, ich werde wahrscheinlich doch keine eigene Enchantment Table machen, da ich meine Base zu groß gebaut habe. Ne, weil unter normalen Umständen wäre das mittlere Viereck so groß gewesen, dass ich, wäre das halt nur ein 3x3 Feld gewesen, das ist halt die Holzumrandung, die man oben sieht perfekt, da wären die Bücherregale gewesen. Man muss ja nicht immer alles haben, was vorgegeben ist Minecraft. Gemeinschaft ist ja alles, was zählt. Das ist halt so großartig. Was das? Das ist halt so großartig. Das ist gut. Oh shit. Wo ist Alkaid? Nicht die ganze Zeit. Ich pümmel hier ein bisschen rum. Ich wollte schon sagen, ich sehe dich gar nicht mehr. Du musst mir auch noch Schildkröten besorgen. Die in den See kommen. Oh, das wird dann ein Spaß werden, mir die ganzen Fische zu besorgen. Yeah. Kannst ja schon mal anfangen. Ich glaube, ein Villager drüben tradet ja schon einige. Ja, ich muss die in einem Eimer haben. Ja, genau. Ich glaube, der tradet keiner im Eimer. Oder höchstens einen. Muss ich dann mal lunzen. Ich dachte, der täte dies. Ähm. So. Okay, welche habe ich davon aber nicht. Die habe ich aber nicht. Ich lege mich sofort hin. Ich muss den Bett raussuchen. Ja, keine Heile. Was du aber auch noch als Fußboot nehmen könntest. Ich habe mich aber noch mal Fußboden-Design, was mir gefällt. Ach so, weil du hättest auch Pilzblöcke nehmen können, aber da gibt es halt irgendwie auch keine Stairs und Steps. Ich brauche nur Sterse und da habe ich jetzt alle. Ist mein Boden ist noch nicht komplett fertig. Ich werde jetzt erst einmal komplett die Sprues-Logs auslegen, die ich benutzen werde. Hm. Und dann werde ich, äh, wahrscheinlich, äh, die umändern in Strip-Logs. Okay. Naja, das ist mir nämlich gerade zu eingefallen. Weil es gibt ja die braunen und die roten Pilze. Aber erstmal müssen meine letzten Sprues vor allem hier wachsen. So. 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 So so So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. 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 So. So, so. So, so. So. So, 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 so. so Hm. Du kinks. Ich hab deutlich mehr, fällt mir grad mal auf. Äh, ist das was ich grad dachte? Oder? Nee, ist dir erst reich. Okay. Magma Block brauchst du nicht mehr, hast du gesagt. Nee, ich brauch nur noch einen Soul Sun. Okay. 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 Ja, sag. Okay. Vielen Dank. Okay.